hallo liebe freunde da sind wir wieder in mta und ja eigentlich glaubt der kobold der liebe kobold ja da wollte ich heute sein auto kaufen und ist jetzt hier auf meinem motorrad da hinten steht mein anderes auto und da mein drittes unser auto und da steht unser aus unseres unser wagen auto egal ja und das hat mein motorrad ganz normales und ich darf nicht zu schnell fahren und ich zeige euch mal wie man job heute dieser folge ich fahre schon mal hin denn wenn der liebe kobold jetzt das ganze geld verplempert haben wir nichts mehr ganz ja mach ist ist okay aber da müssen bald wieder arbeiten gehen bist du dumm alter jetzt habe ich kein geld mehr keine ahnung ich kann es nicht bestätigen fahrgarten nicht mit ich fahrgarten in die grube wie sich das anhört zum bauarbeiter job ach komm doch mal her komm doch mal her ja komm doch einfach ist zu mir alter ich habe keinen bock jetzt mit dem motorrad zurück zu fahren das ist mein lieblingsauto alter ja und crash mich alle weg ich muss was essen ich verhunger gleich ups 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 ja du hast du eben dein erstes auto gekauft kommt jetzt noch fünf sekunden lang das warten wir mal ab dein erstes verstehe ich auch nicht du hast doch noch eins und den bekommst der der sport nicht wieder neu geiler stand kannst du irgendwie mit support anschreiben auf fahrzeug ersetzung habe ich mal mit meinem dodo gemacht der geschrott ich weiß nicht ob das so ganz ob man das so darf ich habe ein bisschen anders beschrieben dass er auf einmal weg war eigentlich ist er explodiert aber muss ja keiner wissen scheiße ich habe es gerade laut gesagt nein aber ich habe den ds schon verkauft also ist es mir mittlerweile auch egal so ich nehme ja abgehört und bin die kolo b ob und ja nein liebe zuschauer dürfte uns jetzt nicht verklagen nö dürfte nicht ich nicht okay nene nicht drin alter ist das auto geil ja komm doch mal an ich warte hier auf dich zwar das denn dieses kleine bing alter ja ich hatte gerade zum bing so bestätigungs klingeln ja ich aber das ist auch geil das war ganz sicher gta infos wissen jester sieht auch nicht schlecht aus kann man machen dass es der tampa aufgetunet sieht auch geil aus kostet 750 so das müsste der wagen sein mit dem gleich der liebe kobold anbraust und das passiert wenn zwei autos auf dem gleichen ja also ich gehe jetzt nicht arbeiten ich gehe ja ist ja auch langweilig aber ich wollte das mal zeigen ja ich komme dabei doch bestimmt jeder will auch sehen wie wir unsere steuererklärung machen ja voll interessant so dann gib mal gas ich mache hier ein bisschen passt dann unterwegs ja ich mache es dann unterwegs woher ich habe aber okay woher woher wasser woher nein 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 bitte nicht rutsch nicht ins wasser nein 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 oh nein was ist passiert alles gut alles gut weißt du das gerade bist du an mir vorbeigefahren ja kommt es Aha und als ich hier noch runter was nicht funktioniert hat dann springen wir wieder hoch ich bin unterwegs ich kann auch nicht fiegen außer name schauger Das ist so eine schwarze Gangster-Karre mit geilen Felgen. Hast du getunt? Ja. Wie traulig? Ja. Wie traulig in so einem alten... Mit rotem Licht und alles. Oh, nice. Ich bin gleich auf der Brücke. Ich fahre natürlich richtig... Ja, das ist so eine Gangster-Karre. Ohne Witz, das bringt sich echt dieses Auto. Der Sound. Der Sound. Der Sound. Der Sound. Sound, Alter. Sound. 7.1. Wollte machst du vor uns? Alter, mein Auto macht 7.1. Sound, Alter. Da bist du ja. Der kreis ist Sound. Park mal. Parken. Hier, parken. So, guck mal, ich weiß, was ich mache. Jetzt ist er weg. Komm, steig ein. Yeah. Hallo? Steig ein. Oder warte. Warte, warte, warte. Ich versuche was. Irgendwie von hinten so ran, dass man sich so auf die Reling stellt. Nee. Du hast abgeschlossen. Hm. Nee. Der steckt um einen. Schade eigentlich. Naja, egal. Dann haben wir eben einen alten Hustler mit Nitro, wie das aussieht. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ich habe das extra so leise, damit ich dich auch noch höre. Ähm, ist das MTA-Lautstärke? Ich glaube schon, oder? Ja. Ja. Geil. Brrrrrr. Geil. Ja, ist cool. Geile Karren, ne? Ja, kann man machen. Die Lichter... Die Lichter vorne sind geil aus, wenn du die mal so anguckst. Nitro hört nicht auf. Ja, ich weiß. Ups. Okay, ich packe... Ich bring dich zu deinem Motorrad, oder bleib dich stehen? Nee, wir fahren zum Job, oder? Dann zeig mir die noch kurz so. Anschneiden. Aber ich mag die Karre. Ja, ist okay. Von hinten sieht sie ein bisschen aus wie ein Käfer. Du hörst ja irgendwann immer... Wie jetzt? Ich höre gerade gar nichts. Also wenn dann der Motor... Nee, 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 nee. Also nicht mehr... Nicht mehr lauter wird, oder so. Dann musst du kurz vorm Gas gehen und dann nochmal rein. Dann wechselt der den Gang. Dann wird er schnell. Aha, okay. Irgendwie komisch. Ja, wirklich komisch. Na ja, geil. Los, gib Gas. Die Hupe. Alter. Nein, nein. Alter, nein. Das Ding fährt ins Wasser. Okay. Zum Glück war eine Laterne. Die Laterne hat das Auto. Ja, klar. Ja, klar. Und das Auto ist aufgeschlossen. Die Türen sind auf. Ja, genau. Ja, hier kann ich einsteigen, natürlich. Hör mal auf, hör mal auf. Alter. Nee, ich will mal hören. Alter, ist das geil. Ja, mach vielleicht Haar weg, weil sonst super Fehler rum. Alter, wie das gerade aussah. Wir stehen hier. Wumm. Komm. Ich komme rein. Ich komme rein. Das ist so F gedrückt und ich bin draußen. Oh, Motor ausgeschaltet. Frauen am Steuer. Genau. Ich habe schon wieder... Mit Nitro gibt er erst so richtig Gas. Fährt 180. Reicht. Ja, reicht. Für so eine Cara ist das nicht schlecht. Und der... Der Sound. Der Sound. Man muss es... Man muss es so richtig mit Style aussprechen. Der Sound. Wart, wo fahre ich denn hin? Achso. Zorbeer statt. Falsch. Du fährst falsch. Ich habe Federung an. Ja, egal. Du fährst falsch. Fahr hier drüben links drüber. Nein, fahre ich nicht. Sofort schrott das Auto. Alter. Was man geil machen kann, das so links und rechts fahren, also dann auf zwei Rädern mit dem Zement-Truck. Zeige ich gleich. Ja. Ähm, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. Federung an. Du fährst ja. Aber früher, das waren wirklich nur Gangster-Autos. Wer ja. Sieht aber auch richtig cool aus, finde ich. Aber noch mit dem roten Licht. Guck mal, da steht er doch. Ich parke mal. Viel Spaß. Ich gehe schon mal jobben. Wow. Fast überfahren worden. Schlagzeil. Man geht zur Arbeit und wird überfahren. Wow. Also, man braucht Level. Ich glaube, Anlagen warten ist halt Level 1. Fängt man damit an. Spielt dann hoch. Bis Level 100 wahrscheinlich. Nee, ich glaube. Ja, ich glaube, dann kann man Dosa fahren. Und dann ab Level 200 darf man dann Zement-Truck fallen. Nee, 250. Ja, 250. Nee, ich glaube, zwei. Weiß ich nicht. Egal. Ja, ihr müsst es einfach selber ausprobieren. Ganz ehrlich, die Karre kostet zwar bloß 12.000. Äh, 14.000. Aber ich bin richtig stolz drauf, Alter. Also, ich bin jetzt im Zement-Truck und zeige euch, was hier beim Job so passiert. Unten rechts, natürlich. Blödestes Strecker. Muss ich jetzt hin. Da sieht man den kleinen roten Pfeil. Ja, ich muss in die Hauptstadt. Und da muss ich jetzt Zement abliefern, irgendwas. Wow, knapp. Also, das Einzige, was man eigentlich machen muss, ist vor. Hin und fährfahren. Ja, zu den bestimmten Punkten. Dafür kriegst du Geld. Am Anfang kriegst du was? 250. Erst 250. Dann beim... 500. Nee, 450. Nein, 500. Echt? Ja. Und dann kriegst du 750 beim dritten Mal. Und für die nächsten weiteren Fahrten auch. Außer man steigt zwischendurch aus. Dann fängt das wieder von vorn an. Fehlgeschlagen. Oder du kippst um, oder... Ja, ich demonstriere das mal, wenn man so auf zwei Rädern fährt. Wow, wow, jub. Nee, ich mach's lieber nicht. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob euch sowas komplett langweilt. Also eigentlich finde ich, das ist komplett langweilig. Wow! Äh, außer man macht so geile Stunts und macht nur Wayslined. So wie ich. Und ich weiß nicht, ob man Radio hört, aber man glaubt, man darf nix hören, außer Dublovers. Weil Dublovers hat ja nur Remixes. Das weiß ich nicht. Aber ich lass mal aus, vielleicht hört man dich dann nicht mehr so gut. Aber wir will schon Dubstep hören. Ja, echt jetzt Dubstep, wie will. Nein, Dubstep ist okay. Eigentlich Musik ist Musik, finde ich. Kann man so sagen. Okay, ich hab auch Vorlieben, aber... Eigentlich kann alles hören. Flip nicht sofort aus. Meine Ohren bleiben dran. Gerade so. Helene Fischer... Was ich aber nicht leiden kann, ist... Ähm, wie heißt das nochmal? Äh... Hä? Wie heißt das nochmal, wo die da so rumschrumpen singen? Ähm... Fällt gerade sich ein. Äh, ja, okay, sagt mir viel, das Lied ist echt cool. Ich, also ich finde das... Ich weiß nicht, was dagegen heißt. Ich finde das cool. Oh, ich war jetzt relativ souverän. Mit meinem Zementrock. Ich mach mal Licht an. Also hier gibt's auch ein Ammonation. Hinter uns. Kennt man ja. GTA ist eine Andreas-Karte, sollte man eigentlich kennen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ähm, die wir machen können. Zum Beispiel so Challenge-mäßig. Was ja eigentlich nicht so... Wie ein Rennen auf der Brücke. Oder sowas. Was ja eigentlich nicht so toll drauf funktioniert. Wir werden's organisieren. Scheiße, Laterne. Oder irgendwie die Polizei nerven oder so. Wir könnten ja eben halt demonstrieren, wie in der Polizeikontrolle abläuft. Obwohl, das wird eh bald wieder passieren. Ja, vor allem, wenn man mit dem getunten Wagen rumfährt. Wenn ich mit meinem Umherbretter... Keine Ahnung, was sie dann haben. Getunte Karre heißt für die... Anhalten... Drogencheck. Alkoholcheck. Alkohol. Total nervig. Als wenn man irgendwie schlecht fährt. Wie ich. Schlecht fahren. Also, wir haben da auch Führerschein gemacht. Also, es gibt eine richtige Führerscheinprüfung. Mit echten Fragen. Aus... Halt Real Life. Das sind eigentlich komplett einfach. Ja, es sind einfache, aber es sind halt auch echte dabei. Manche sind auch so Spaßfragen. Oh ja. Und man muss halt auch Auto fahren. Das ist ganz cool. Ja, zum Beispiel, warum darf man nicht am Steuer mit dem Handy simsen oder sowas... Erstens, es lenkt den Fahrer vom Fahren ab. Zweitens, es könnte die Elektronik vom Auto stören. Keine Ahnung. Oder drittens, so halt. So halt. So richtig sinnlose Fragen einfach. Also, man schafft das also auch als Laie. Ja. Wenn nicht, dann seid ihr hier leider falsch. So. Oder ihr fahrt ohne Führerschein, was zwar nicht funktioniert, aber ihr macht es. Weil ihr es könnt. Nicht. So, ich mach mal Hubkonzert. Äh. 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 Wo muss ich überhaupt wieder hin? Ach, zum Damm. Einen guten alten Damm. Ja, es gibt immer so zwei. Vier, fünf. Oh ja. Oben rechts. Schöne Routen. Oben rechts Las Vegas. Damm ganz oben links. Da beim Z in der Nähe. Und halt ganz unten rechts. Und das war's. Beim Z in der Nähe ist ja also der Nuss von San Fierro SF, oder? Ja, ja. San Fierro, also San Francisco. Ja. Soll es ja alles darstellen. Das sollte man wissen. Los Angeles. In GTA 5 sieht man das etwas besser. Oh ja. Da ist ja auch eigentlich die San Andreas Karte erweitert worden, glaube ich. Also sind Teile mit drin. Und wie lange geht die Aufnahme schon? Ich hab keine Ahnung. Ich fahr jetzt noch hier eben zum nächsten Checkpoint und dann machen wir wieder Schnitt. Okay. Total dämlich. Ich vergesse mal einen Timer einzustellen. Ich hab hier zwar einen Timer liegen, aber... Ja. Egal. Was auch noch demnächst ein neues Projekt wär. Darf ich dich schon verraten, oder? Pff. Biss mich verarschen. Überraschung. Nein, egal. Auch raus. Ähm. Ja. Wir wollen Gary's Mod aufnehmen. Sozusagen. TTT. TTT. Trouble in Terroristown. Oh yeah. Ähm. Da brauchen wir noch ein paar Spieler. Leider zu zweit sind. Ja. Wie gesagt. Es wird sich schon bemüht, paar Leute zusammen zu trommeln. Mhm. Ich hab meine Bongos rausgeholt. Bin ja ordentlich am Buschtrommeln. Aber es funktioniert nicht. Ja. Oder wir nehmen einfach... Habt ihr irgendwelche Ideen? Wir hätten jetzt auch sogar vor, vielleicht Sandbox aufzunehmen. Oder... Aua. Vielleicht sogar Slender... Wie heißt das nochmal? Slender, keine Ahnung. Achtung, der Slender kommt? Keine Ahnung. Teletubbies kommen. Achtung, Sandman kommt. Oder sonst... Schlagt uns einfach mal ein paar Spiele vor. Das warst du? Ja. Wie geil. Okay, das... Ich hab meine Mutter auch mal weggeflogen. Das war ein guter Abschluss. Okay, wir sehen uns dann. Und schon wieder? Nein, ich fahre ins Wasser. Ja, komm, komm. Hau raus, komm. Warte, 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 warte. Nein. Yay. Oh nein. Verdammt. Komm. Ja. Du bist außen rumfahren, oder? Ich hau dich da runter. Nein, du kommst da nicht durch. Du kommst da nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Alter. Geil. Gut, das war's dann wohl. Ja, also bis zur nächsten Aufnahme. Vielleicht in einem anderen Spiel. Ja. MTA. Werden nicht vergessen, wie immer. Ja. Bleibt bestehen. Bleibt uns treu. Aber MTA geht vielleicht erst dann flöten. Wenn das... Ich hab die Aufnahme beendet. Oh. Ach gut, also... Bleiben uns treu. Fertig. Bleiben uns treu. Ja, toll. Also ich quatsche noch rum. Ja, ich mach jetzt auch Cut. Bis demnächst. Ciao. Ciao.